willkommen mein namen und mein namen ist mir schon machen wir begrüßen euch zurück zuletzt bei mario party ich bin im zug ja ja das sind alle warten man ja da ist jetzt runter nein warum nicht ich will nicht das erste münzen ist mir auf den ersten platz schnauze die schnauze auf jeden fall dazu drei münzen wo ich tue es nicht dieses um ist verflucht eigentlich hier oder wie du aussiehst wie du aussiehst warte mal ist nicht gut entscheide dich doch mal schon wieder reingelassen nicht in den anderen haus hier verreckt das hat man auf dem bau ich bin einsteigen zurück jetzt sind wir hier noch jemanden sterne wahrscheinlich wer weiß willkommen zur mobs maschine das klingt so falsch das wird der part münzen maschine da wo es in dem boden sterbe ne tild gar nichts ja mobs 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 tralladalab ich versage aus die maus bis zum nächsten mal also vorgebracht das hat echt gebracht ich weiß nicht werden wir vor dem ist glaube ich das wäre das wäre gut das ist sechs das hat so viel geld nehmen wir alles abgezogen da war da kriegt er zurück ihr verdammt ihr verdammt den mongolen ich will nicht mit dem pilzfressen zusammenarbeiten weil ich will ich kein minifootball mit dem spielen also bis also bist du blau ihr seid blau wir sind rot das ist ja ein finger weg finger weg oder passt ist weg noch ein trocken schnappt ihn dir das ist auf jeden Fall besser als hier wählen im eis ich glaube ich glaube jetzt kommt schon die letzten fünf runden das letzte brett machen wir 30 runden ich führe das feld an hurra weiter da bin ich da ist er und da ist er und dann hohe tagen das also diese dieses wo also das weiß was also das mit den äh neue bombungen ja und dass wir münzen das ist es auch nur in diesem haus so weg jetzt bin ich gleich wieder vor dem Я schnappt mir sich natürlich da ich es obdachlose ich esse kleine k б hast du schon mal hast du schon ein trummen von dem kerl gekriegt was soll er dann getan einfach nur gesagt haha die ganze zeit immer er hat gewusst was gelobt mein beispiel vor der weg habe ein knochen von 11 münzen ich möchte mal seine grube blablabla wenn du dich bei mir blicken lässt stehe ich dir einen sterben schmeiß ich da raus blablabla ich habe mich gerade hotel mario reingezogen spiegler spieler an der wand wäre sie gemeinsam im ganzen land ich habe keine ahnung wer ist es denn ich doch nicht ich habe es erst gesagt nicht schlecht jetzt kannst du nicht mehr ich war ein feld hinter dir jetzt bist du auf bier das gibt's doch nicht geld 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 geht so bausachen haben wir schon wieder auf mich aber genug geld verloren genug geld verloren das ist geld ich hab die meisten was die hälfte der münzen deines gegners vernichtet sagt weg und es ist weg es kommt auch noch die mops maschine nein nein die grünen die grünen der ist grünen in den ohren dann haben wir auch die restos pech dumm gelaufen ja ob das ist wohl war ja da steuernst du mlnet geld 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 nehmen dann wieder mal bombungs klar war die erlaubten obdachlosen eintreten ja du bist ein obdachlose obdachlose als zweiter verdient da nicht bringt wir wissen wie es geht ja ich habe jetzt einen moment gedacht aufstand hundesohn und so oder so ist egal trotzdem bist du schnell fertig Ich bin Führeron, glaub ich. Scheiße. Au, meine Arme. Oh Gott. Au, meine Arme. Das ist ganz schön ermüdend. Ich hab auch ewig so weitermachen können. Das ist klar. Oh. So. Ah, der ist da geil. Oh. Das ist unfair. Du hast einen kürzeren Arm als ich. An den Oberschenkelmuskeln in meinen Atem. Was? An den Oberschenkelmuskeln? Oberschenkelmuskeln. Moment mal. Ja. Also zwei. Ja. Kräftig zwar nicht, aber ich weiß, was ich machen kann. Was ist denn? Du bist gleich sehen. Und sieben. Mal den. Derne F Münzen. Es geht mir nicht um die Münzen. Es geht mir um das Feld. Wo der drauf steht. Okay. Stand der drauf. Auf der Popsmaschine stand der drauf. Ach so. Aber du gehst doch noch weiter, oder? Ja, danach darf ich... Oh, Häuslebauer! Das ist cool! Du musst verschiedene Aufgaben machen. Ein Handwerker-Marathon. Säge den Baumstamm, hämre den Nagel und zu guter Letzt streiche die Wand. Jede Aufgabe erfordert eine bestimmte Bewegung. Also nimm dir Zeit und arbeite. Sorgfältig. Säge, bewegen. Mal lange wird es ja ganz sicher, wenn er langsam arbeitet. Kann man schwingen? Schwingen und Pinsel schwingen. Da machen wir auch. Ja. Pflanzenbaum. Ja. Fällig! Ja. Ich muss noch nicht so sorgfältig, wie er funktioniert. diese technischen greifen darf. Der Büro... der Tisch... summm wir langsam der arbeitete... Höh.. da waren wir fertig hat der muster gemacht würde da gerade erst noch ein m reihe reinmalen aber dafür hätte die zeit nicht gereicht vielleicht ein d ich weiß nicht was ich hätte reinmalen sollen und m oder d m mcp kula ich nehme gleich alles weg und jetzt ist es weg ich glaube ich kann sein ich werde nie im leben ich nicht als folge war das hat sich gemacht und dann planer voll aufhören wie kein geld wer hat das ganze geld abgenommen es hätte funktioniert vor allem wenn es ein stern gewesen wäre ich hätte dann dir noch einen stern knüpfen können wies lang wenn ein schicksal also da bau sei ja irgendwo drin ist ich sage nicht so ein das macht wählen ein schicksal selbst hier gegenseitig weil ich es da unten wie das geld und ob wiedersehen vielleicht nur eine einzige münster das alte bonbons gegen uns kommen sie machen wir fertig das gericht es ist eine bessere farbe das ist rot das ist rot das ist kein blau ich habe geschossen ich muss den töten wir sind knochen trocken in die fresse da ist das eine blau oh nein wir haben es geschafft ich schieße auf den pilz alles klar machen wir das so die fresse geschossen wir können wir so lange anschließen bis sie sich nicht mehr bewegen können ich bin am zug ich bin ich bin ich bin ich bin jetzt hier müssen für den besten sterben beste stoff hier gibt es aber dafür ist außer jetzt auch weg warte mal bis zur nächsten runde passiert sein blöd stern ich habe schon mal platziert also tot bis auf hier sind immer als neue leute die anderen gestorben dahinter sind die kehlfeld das ist da drin obwohl er jetzt auch nicht gemacht wir könnten auch auf andere sachen drin sein könnten auch münzen münzen wenn aber auch rote bewusst können da drin sein ich möchte nichts kaufen hier gesagt so seien sie gegrüßt fremder was möchtest du kaufen eine münze bekommen kampf der reptilien ich habe nicht erschaffen und ich werde ich vernichten ok es ist grüße werfen was ist das muss ich kölze werfen den muss pilze werfen trifft die pilz ziele und punkte zusammen meine aber die gumma ziele schießt nicht zu schnell oder du triffst vielleicht ziele die du gar nicht treffen wolltest ich nehme mich mal zurück also für pilz kriegst du zehn von wunders 30 und das ist jetzt zehn punkte das ist jetzt zehn punkte es wird so langsam aber knapp fand ich da kommt man da er läuft schon vor buchen was weg jeder mit einem schlack mal weg kommt ja ich habe jetzt eine münze von ihnen abziehen und ja ich freue mich doch ein bisschen er gehört was eine münze gib mir die münze nein ich meine münze da 1 ich will aber nicht für mich will eine kein joink gelohnt und springen und dann sagen wir da jetzt wieder einen duellbombom auskommt irgendwie so hat noch mehr dann sind vier spieler mini spiel das kann 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 kommen 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 das ist cool dabei hätte ich die bundesnacht dass sie sind geschützt wird die limonadendosen 80 kunden alle ihre dosen die höchste fontaine gewinnt schüttelt die dose nicht so heftig hat dich schnelle kurze schüttelbewegungen sind effektiver die schilder steht da neben übungen gemacht hast du schon eine dose ich bin der schüttelmeister aber ich will das zeug nicht trinken ist es blau das ist im giftig meins solchen herrn rot gewesen meins wäre blut gewesen das blut meiner gegner natürlich im adeligen blut trinken wo noch zwei runden haben wir müssen noch irgendjemandem sterne abziehen wenn ich war schon hat wenn du verlieren würdest ja ich weiß ich jetzt alles auf eine karte ich wollte den knochen wo ich ihn als erst ausgewählt hat ja und der ausgewählt werden können ok münzen von mehrheit garantiert ihr niemals die ballons müssen wir gucken wie das noch mal ging lenkrad bewegen gast geben ist ja schon wieder so ein ballons die der farbe deines wagens entsprechen zu platzen die kommen welche form bin ich gas geben wir alle erbe 2 ok ich bin rot du bist blau aus dem weg weg ich fasse es nicht das ist nicht fair und wenn jetzt ein stern kommt dann werde ich ganz angepasst auf mich selber wie kann ich zwei duelle hintereinander verloren haben ist es nicht fair ich war ich war schon als erst am ersten ballon ja ja wird ein scheiß feier da kommen wir dann erst wieder gierig war schon auf dem ersten platz ich bin doch immer auf dem ersten platz du musst es ja noch mehr haben ja ich wollte mir ja ok was ist drin krieg was gut ist ein steiner von morgen stein nimmt einen dieser steine du bist am zug habe ich in einem bonbon ja der ist nicht hier der ist im anderen haus und geschäftsreise zu hause und guckt sich hotel die marie waren gerade weil mich mal bekämpfen vielleicht selbst auf dem klo besser wäre es natürlich nicht was ich gerne sie in 759 noch ein dinge da war keine wahl und wohin zu gehen wir gehen alle in richtung fein rüber geht alle falsche richtung dabei alle zu gehe ich war nämlich kommt zu bezahlen ich will nicht bezahlen die weg noch nicht in die falsche richtung als erster lang gelaufen ja du bist als erstes in die fallgruppe gelaufen ja warum folgt er miteinander wir hatten keine wahl wussten nicht dass das nun nur eine wegmarkierung ist da könnt ihr ihm zu helfen wenn er jetzt bei mir landet ich ist ja nicht er muss dann immer noch in die andere richtung geben wer da kein geld das ist ja gar nichts warum machst du das dann das makes no sense voll drauf schon zum zweiten mal am start ich habe einen doktor in mauswesen ich lasse ihn durch das ist schloss ich nicht durch war wieder eine geile runde und dann alle knochen trocken eigentlich alle ein team dingen und die minuten haben wir eigentlich ja da machen wir noch ein neues leben ja ja wir machen wir jetzt zu Ende katastrophe wir sollten noch mal mario kart jetzt ja du ja seit gewinns ja klar ich bin halt der meister mario kart 8 darf sogar von der ich darf sogar von der pole position starten geh weg hier kommt er nicht rein ich komme nicht raus man die richtung kommt ist mir scheiß egal ob es nicht nein und natürlich und ich bin der bahn dringend diese diese perspektive von mir zucker ist die nicht ich weiß ich bin ein bisschen selbst lieb du bist ja auch selbst verliebt ja ich glaube ich sagte mir ja ich sag's dir dann mach ich setze doch meinen stein dann habe ich dieses alles verbraucht und die runde bringt jetzt voll ich bin ein stein ja hier hallo mein namens besuchst du ich bin ein stein das hat er gebracht applaus das ist es langes klatschen ja war da habe ich denn auch ich habe den zwei jetzt kann ich vom stern dann habe ich drei sterne habe ich genug münzen und dann gewinnen ich so wird das genau ablaufen wir werden sehen wir werden sehen wir werden werden in die nase vorn hat es mag sein dass beim letzten brett letzte geworden bin aber es muss nicht heißen dass ich dieses mal wieder wundgebild der entscheidung bitte sehr bei mich zum schotter das ist der stelle du hast den größten scheiß seines lebens gemacht es könnte wirklich sein dass der stelle der stern ist aber du erreichst ihn nicht vielleicht bekomme ich einen stempel meist aufgegebenen müssen ja ja die verschwinden jetzt unsere zeit weil er hat mich denkt werden das gedacht nein nein was ist das für müll weg damit ins loch ist auch die krise 51 wir wollen wissen wie du heißt wie uns waren sich 25 weißt du was witziger ist als 24 das gedacht und da steht auch eine zahl welche ist es nur die zahl lautet 24 20 oh my god schweine schlacht ich habe ja das spiel rechten vor dem auftrag und was war schon wieder schnappe dir das ruhe und lenke dein blatt in diesem fluss rinns musik rammst du an rammst du hin und ist er verlierst deine geschwächerin weich ihn so mache ich das hier kann ich ja ich finde ich habe mich richtig zuerst abschiebe die spannung bringt mich noch um da war hast du da oben das war richtig da das war aber an der eignisse in aller zeiten ich habe noch nicht mehr aber ich habe noch nicht mehr finger ich bin doch schon tot da war kommt er ja 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 und sterne ha 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 da kommen vier sterne drei davon aber ich baue der mini spielstern ja super werden wir sind am meisten gewonnen ja wer hat gedacht ja ja der eigene stern glänzend und er geht an und der letzte es ist der pechstern brillant wer hat in die meisten hohenfelder besucht drei spieler hat gesicht er denn alles gut und genossen sterne ja noch zwei sterne bekommen ja ich war gewonnen hat er dieses spiel für sich entschieden ja ich habe gewonnen was so ein triumph mit einem applaus für mich du musst schon weiter drücken ich war am applaudieren ok und du bist zweiter ja da haben die anderen aber echt nachgezogen leck mich er hat zwei sterne geholt ja mein oh mein gott beinahe der mini spielstern nicht mal gekriegt hier 156 und tot hatte 150 dort ist 144 ich habe ich habe die meisten münzen ausgegeben aber du bist am meisten gelaufen ja wir meinen drei aber ja du bist zweimal auf dem domkenfeld bekomme ich einmal und du und ich sind wieder auf ein domkenfeld gekommen ja die natürliche hat keine hat er überhaupt ein stern einmal dadurch bekommen ja ja einmal den zweiten denn ja den hab ich ihnen ja von der nase weg geschnappt am ende gehen ja dann werden wir ja ja und im nächsten part geht ab auf das nächste brett mit neuen kandidaten ja wir sagen wir bis zu schauen und tschüss tschüss